Okay, wir können jetzt gleich hier was machen. Deine Aufgabe. Das erste Beine. Zusammen. Putsch. Zusammen. Putsch. Zusammen. Putsch. Nur was machen, okay? Immer das Gleiche, okay? In der Zwischenzeit, wir nehmen das auf. Und irgendwann, wenn wir das schneiden, und wir finden irgendwas darin, was gut ist. Zusammen. Und dann nach vorne, Putsch. Mit einem Schritt. Okay? Also so? Ja. Dann wieder raus. Nach vorne, genau. Und dann Putsch. Genau. Zusammen. Machen extra einen Schritt zu mehr, oder? Ach so, und dann? Mhm. Kennst du auch so machen? Zusammen. Okay. Andere Fuß mehr. Und Putsch. Putsch hierher, okay? Ja, okay. Zusammen. Und dann? Schritt nach vorne. Hier Putsch. Good. Zusammen. Okay. Natürlich mit der Fallen. Bleib da. Mach so. Bisschen mehr, 90 Grad. 90 Grad bedeutet, das hier. Okay. Die Energie kommt von hier, deine See. Okay? Und dann drückst du mit dem Schritt nach vorne zu meiner Hand. Boom. Und das machst du immer wieder. Okay? So. Check it out. Jetzt bleib da. Mach so. Was wichtig ist für mich, dass wenn du nach vorne kommst, du spürst diese Dillestang. Immer weiter nach vorne. Ist das okay? Dann wieder zurück. Immer wieder nach vorne. Okay? So das mit der Fortverwegung in der Sinkrechte. Okay? Na klar, wir tun das sachte. Okay? Okay. So, immer wieder das Gleich. So, drei Schritte oder was auch immer. Und einfach spasen. Na. Ich werde sie jetzt gleich drehen. Okay? All right. Bleib stehen. Boom. Nur so. So. Genau so stehen. Genau. All right. Now. Jetzt. Bleib zu mir. Okay. Jetzt. Auf der Stelle bleiben. Und lassen wir mal rustig die Knie heben. Und die Arme nicht bewegen. Genau. Okay. Okay. Okay.